Ich glaube, wir werden verfreundet. Darions Tagebuch. Die Schalter lenken die Lyriumströme um. Mit unvorhersehbaren Auswirkungen. Sie können die gesamte Umgebung verändern. Es muss Magie sein. Aber unser Verständnis für derartige Dinge ist begrenzt. Erledigt. Wer auch immer das ist, wird anscheinend in Stücke gerissen. Und wir müssen dann natürlich auch gerecht anrufen werden. Hast du eigentlich ein schlechtes Gewissen, dass du existierst? Geiler Spruch. Am Golem fassst du den ein. Ich kümmere mich ja schon um die anderen Seite. Schade, hat er nicht geschafft. Dann übernehme ich den auch noch. Unser Uran ist echt mächtig. Unkürzüglich. So. Ruhe und Notiz. Einfach nur alte Schriften. War gut. Dann müssen wir wohl da entlang. Irgendwelche Schalter betätigen, um Lyriumströme zu verändern. Habt ihr... Habt ihr das gesehen? Es hatte Hände. Und ein Gesicht. Ich kenne diese Männer. Sie sehen aus, als wären sie einfach zerfetzt worden. Bei den Ahnen. Was ist hier nur geschehen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber ich komme hier nur an vielen Stellen weiter, wenn ich quasi einen blauen Schalter umgelegt habe. Was ist das denn? Es ist gigantisch. So, eins hatten wir schon mal gesehen. Das ist ein Lyriumkern. Der Leser dieses Buch seit mehrere Punkte, um sein Attribut zu erhöhen. Allerdings. Ach Quatsch. Der Erinnerung der ersten Wächter. Also ich kriege alles nochmal neu. Das Lyrium in den Lyriumbrunnen ist nicht zum persönlichen Verzehr gedacht. Wer würde das denn auch freiwillig essen? Oh, jetzt haben wir zwei Verzerrte. Summer. Ich darf mich da hin und her zu ziehen. Schweine. Ja, okay. Da ist jetzt auch eine Truhe. Bitte öffne sie mir. Wissen wir mal. Scheiß Kamera. Unverzüglich. Dankeschön. Speichern. Was zum... Was macht denn der da oben? Geil. Ah, gut. Wir könnten jetzt auch hier unten weiter. Machen wir auch direkt mal. Scheint nämlich eine Sackgasse zu sein. Aber eine Droh ist definitiv drin. Und etliche Leichen. Da ist noch eine Lichter. Mh... Nicht sterben bitte. Ich bin hier dauerhaft last man's, denn die anderen sind echt zu schlecht ausgerüstet und sind zu schlecht gespielt. Na gut. Soll mir recht sein. Sagen sie mich nicht dauerstunnen wie jetzt. Macht dann nämlich nicht viel. Weiß auch. Die ziehen mir so gut wie nichts ab. Stimmt. Ich hab auch noch eine Verlegensregeneration im Kampf. Die hält da ordentlich dagegen. Hm. Ich hab den Knätchen schon gut gepumpt. So, ihr kümmert euch um euer Zeug. Bist auf die Droh, die ich jetzt mal machen. Schon wieder eine Drohung, äh, ein Buch zum Zurücksetzen. Kann ich seine Fähigkeiten eigentlich auch irgendwie skillen? Moment mal. Kann ich ihm Sachen geben? Ah, nee. Doch nicht. Doch. Verdammt. So. Er hat aber... Nee, hat nix. Gut. Na, den, ähm, könnten wir das Blaue nochmal ausmachen. Nochmal schnell hierher rennen. Ich glaube, dann ist die andere Drohung und die Tür bleibt, glaube ich, auf. Weil den, den... Das Ding haben wir ja jetzt schon... ...genommen. Okay. Die Drohen aus der anderen Welt, die wir aktiviert haben, sind hier auch in diese Welt jetzt gekommen. Ja, die Tür ist offen. Und somit bekommen wir... ...die Gelegenheit für die Drohe, aber auch die Gelegenheit für Kämpfe. Dann, 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 dann. Mann, das ist echt nervig. Mit diesen Steinen. Sonsten wären die gar nicht so schlimm. Uh, meiner widersteht mal ein bisschen. So stark sind sie jetzt nicht. War ich schon deutlich stärker als die Skelette. Kommt, noch einer. Bleibst du bei stehen? Ha. Seht ihr mal. Was ihr ohne mich machen, der jetzt... Unglaublich. Das kann ich schon. Dauerhaft verringen. Wird erledigt. Notizen über die Golem-Forschung. Heilung. Beste aktualisiert. Wir haben... Ernsthaft jetzt. Der kann Gruppenheilung. Geil. Hat sich ja gelohnt. Hier wieder zurückzukehren. In der Normalo-Welt. Na denn. Bringen wir uns wieder in die Zwischenwelt hinein. Öffnen jede Tür auf dem Weg. Und jede Ruhe... Moment mal. Was ist denn das da hinten? Ah, okay. Nix. Gut. Nach da hinten ist aber dieses Vieh entschwunden, wenn ich mich recht entsinne. Der Ernta. So, die Tür ist immer noch zu. Das war ein anderer Äther. Grams. Und hier ist... Kann euch nicht helfen. Nicht jetzt. Rogan. Ich bin hier. Du bist in Sicherheit. Jarek? Nein, nein, Jarek. Du musst gehen. Verschwinde. Geh. Was? Was ist geschehen, Brogan? Sie sind tot. Alle sind tot. Zerfetzt. Abgeerntet. Beendet es. Zerstört alles. Bitte. Findet Darian. Ich kenne Darian, Olmec. Er ist ein Scholar und war der Anführer der Expedition. Hör mir zu, Brogan. Ist Darian Olmec noch am Leben? Ja. Nein. Nein, nein, nein. Ich will nicht, dass es mich holt. Es soll verschwinden. Macht den Lichtern ein Ende. Nicht berühren. Ganz ruhig, Bruder. Das hast du gut gemacht. Darian, ich habe Seiten seines Tagebuchs gesehen. Er weiß vielleicht mehr über diesen Ort. Wir müssen ihn finden. Ich kenne meinen Bruder. Er ist ein Überlebenskünstler. Er ist vielleicht ein wenig verwirrt, aber sein Schwertarm hat nichts von seiner Kraft eingebüßt. Lasst uns gehen. Mit Brogan. Okay. Und noch ein weiterer Krieger, der sogar so ähnlich aufgebaut ist wie meiner. Dann mal Schildweil. Du sollst alles zu dir ziehen. Er ist ein Plünderer. Okay. Deren Fertigkeiten kenne ich jetzt nicht wirklich auswendig. Der Panzer. Uh, cool. Hat er nicht gesehen. Ja. Der Rest ist eigentlich jetzt wurscht. Ich habe eh keine Waffen oder so für ihn. Und sie haben ja relativ gute Ausrüstung. Mei. So, Lelle. Dann. Mal in dieser Richtung. Was hier vor sich geht, Bruder? Ist das hier das Reich, dass die Menschen das Nichts nennen? Nein. Nein. Nicht das Nichts. Hier. Aber anders. Auf jeden Fall anders. Jetzt zieht er mich da hoch. Bangert. Ah. Die Weltkern machen nicht Platz. Da ist Magier. So, einer down. Noch einer down. Jetzt gibt es ein scheiß Gefängnis drin. So. Das war der Letzte, wie es aussieht. Ja, ich kann da nichts tun. Aura, der Schwäche. Vorsicht Abzug auf Angriff und Verteidigung. Okay. Der Glück macht mich nicht so gerne. Kann ich ihm nicht verübeln. Er ist schließlich tot. Zap, zap. Jetzt soll er auch bitte tot bleiben. Mechanik des Golems verbessert. Seine Leistungsfähigkeit wurde erhöht. Ich werde es tun. Sechs Punkte bekommen. Fedenskraft und Magie. Das Vieh ist ja wirklich dazu ausgelegt. Halleluja. Was für Tribute. Kann ich diesem Ding das Lesen beibringen? Wo ist es denn jetzt hin? Da. Nein, leider nicht. Schade. Na schön. Dann gehen wir mal auf diese Punkte. Die Haucher rein. Und ihr. Fähigkeiten. So. Da hinten ist eine Ruhe. Mittelgoode. Feuer. ...